Horst Steffen ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der jetzt als Trainer tätig ist. Karriere als Spieler Steffen spielte bereits ab 1975 im Nachwuchsbereich von Bayern 05 Hürdingen und gewann mit der A-Jugendmannschaft um Marcel Wittecek und Ansgar. Brinkmann die Deutsche Meisterschaft 1987 1988 begann der Mittelfeldspieler seine Profikarriere in Uerdingen. Für die Krefelder bestritt er von 1988 bis 1991 90 Bundesligaspiele. 1991 wechselte Steffen für zwei Spielzeiten zu Borussia Mönchengladbach, für die er in 24 Pflichtspielen auf dem Platz stand. Sein einziges Tor erzielte er dabei im DFB-Pokal 1.992-93. In seinem zweiten Jahr kam er unter Trainer Jürgen Geelsdorf nur zu zwei Bundesliga-Einsätzen. Der im November 1992 verpflichtete Neutrainer Bernd Kraus setzte gar nicht mehr auf den jungen Mittelfeldspieler. Daraufhin wechselte Steffen 1993 zurück zu Bayern 05 Hürdingen. Nach drei weiteren Jahren in Uerdingen unterschrieb er 1996 einen Vertrag beim MSV Duisburg. Hier spielte Steffen drei Jahre in der Bundesliga und nach dem Abstieg drei Jahre in der zweiten Liga, in der er für den MSV insgesamt 40 Mal auf dem Platz stand, aber ohne Tor blieb. Insgesamt spielte Steffen 207 Mal in der Bundesliga, erzielte 16 Tore und stand 75 Mal in der zweiten Liga auf dem Platz, wo er sieben Tore erzielte. Karriere als Trainer Im Anschluss an seine Profizeit war Steffen Trainer des Landesligisten SC Kapellenerft und stieg mit diesem in der Saison 2003-04 in die Verbandsliga Niederrhein auf. Danach wurde er U23 Trainer beim MSV und übernahm nach einem Jahr die U19 für eine Spielzeit. In der Saison 2019 war er U17 Übungsleiter bei Borussia Mönchengladbach. Zum 1. Juli 2010 übernahm er die U19-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Am 30. September 2013 verpflichtete ihn der Drittligist Stuttgarter Kickers als neuen Cheftrainer. Er erhielt einen bis zum 30. Juni 2015 gültigen Vertrag, dessen Laufzeit später verlängert wurde. Im November 2015 trennte sich der Verein nach einer Negativ-Serie von Steffen und präsentierte Thomas Love Stippig als Nachfolger. Am 24. Dezember 2015 gab der SC Preußen Münster bekannt, dass Steffen den Posten des Cheftrainers übernehmen wird. Er erhielt einen bis zum 30. Juni 2017 gültigen Vertrag. Privates. Horst Steffen ist der Sohn des ehemaligen Nationalspielers Bernhard Steffen. Nach der mittleren Reife absolvierte er eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten.